Hallo, Test123. Sagen sie auch mal was. Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute mal in einer Single-Pair-Welt. Aber nicht nur Single-Pair, sondern Ladenwelt. Hallo, Simi. Ja, ich weiß nicht, was mit diesem Spiegel falsch ist. Ihr könnt es vielleicht schon an einem Videotitel nehmen. Heute kriegen wir ein bisschen Besuch in unserer Welt. Ich habe nämlich einen Hilferuf erhalten, der führte zu einer alten Tankstelle. Wirklich? Sollen wir da hingehen? Ja, warte. Einfach was essen. Ein paar leckere Chicken-Nuggets. Ein bisschen mitnehmen hier. Ich komme mal kurz zu dir rüber. Ja, ich komme mal ganz kurz zu dir. Warte, ich muss noch meinen Gebets-Point. Hast du irgendwo einen Spawn-Fall-Point für mich? Zum Beispiel wie ein Bett irgendwo im Haus? Tatsächlich habe ich gar kein Bett im Haus. Ich habe aber gehört, dass das, was wir da retten müssen, das ist sehr brutal und das mag nicht so gerne Menschen. Aber wir helfen jedem, der in Not steckt. Aber ich würde sagen, wir müssen uns erst mal ausrüsten. Genau. Ja. Komm mal kurz mit. Ich habe natürlich einen kleinen Geheimgang bei mir eingebaut. Wir haben hier kurz den Hebel umlegen. Oh. Es ist sehr wunderschön hier. Genau. Wir fahren runter in meine geheime Base. Genau. Schnippt ihr mal ein Schwert? Am besten. Genau. Ich nehme alles, was hier drin ist. Alles meins. So. Also. Ich bin halb ausgerüstet, aber natürlich brauchen wir auch eine Rüstung, ne? Das ist ja übrigens mit. Und zwar haben wir die hier hinter versteckt. Die ist nämlich sehr, sehr stark, musst du wissen. Das heißt, wir ziehen uns erst mal an. Genau. Sind wir auch perfekt ausgerüstet. Kommen Sie. Ja, ich komme. Ich komme. Komm mit. Komm her. Komm her. Ja, ich komme. Gehen wir mal in deine Base. Ich muss sie natürlich auch noch ausrüsten. Aua. 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 Schlag mir hat den Köpfe hier fast ein. Oh, der heilige Bonsai-Baum. Ja. Wie man sieht, habe ich leider noch nicht so viel, aber. Erstmal schon Wigmanach machen. Ah ja. Okay, gut. Oh. Okay, gut. Da hast du zumindest deine Muni drin. Und da würde ich sagen, ziehst du dich an und wir treffen uns wieder oben. Ja, ja. Hast du... Ne, ich brauche gar nichts. Okay. Und zwar kam der hinten raus aus dieser Richtung. Hallo. Ich rieße mich doch nicht ab. Ah, genau. Der Weg wurde auch schon mit ein paar Blöcken hier... Der Weg wurde uns hier mit Diablöcken geebnet. Aber das sollte uns nicht aufhalten. Wir müssen einfach nur... ...diablöcken folgen zu der... Ah, da vorne ist sie, die Tankstelle. Was für reiche Leute sind das denn? Ja, fragen wir auch manchmal. Oh, lol. Okay, den Block kann ich gar nicht ab. Ah ja. Klopf, klopf. Ist das Zombie das Problem? Ernsthaft? Was ist das denn hier? Was sieht aus wie die komische Reparatur? Ich drück aber mal drauf. Äh, was passiert hier? Oh Gott, wir müssen hier raus. Wir müssen hier sofort raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schieß auf ihm. Schieß es. Er schieß es. Was ist das? Die haben... Die wollten uns umbringen wahrscheinlich. Ich glaube, wir müssen den Schuttel erstmal zerstören. Wir müssen den Schuttel irgendwie dauernd kriegen. Ich weiß nicht wie. Hast du entschwert? Ja, ich hab... Oh, ich hab's. Oh Gott. Gott im Himmel. Wir müssen jetzt töten. Es flieht. Aber soll doch die Starkheit das nicht so sein? Yo. Komm, wir ab. Ja. Wow. Ähm. Ähm. Was ist das für ein Kopf? Was der? Oh. Wir haben's erledigt. Oh gut, das ging ja schnell. Das ging tatsächlich schnell. Ach. Gut, wir haben jetzt große Huhn besiegt. Ich hoffe nur, seine Mutter ist nicht so sauer. Was schießt du denn da, Mensch? Mein Gott, unsere Waffen funktionieren nicht mehr. Die sind einfach nur Schrott geworden. Ja. Wir haben mir Fallenbogen mitgenommen. Wurde der Himmel bei dir gerade auch so dunkel? Nein, eigentlich nicht. Warum? Warte, da oben fühlt sich was. Aua. Ähm. Da, wo vorhin das eine Huhn gespawrt ist, dreh dich mal um. Oh mein Gott! Was ist das? Was ist das? Es sind grüne Strahle. Warte mal. Chaos? Denkst du, das ist leichter? Ich hoffe mal, ne? Aber egal, was es ist. Wir werden es töten. Ähm. Ist das Ei größer als vorher? Ja, kommen wir auch so vor, ne? Ähm. Okay, ist halt auch so spinnend. Fels ist sicher freundlich. Wir können es ja immer fragen. Vielleicht haben wir seinen Vorgang getötet, seinen bösen Bruder oder so, und er dankt uns jetzt dafür. Mal gucken. Hallo? Passiert auch mal was? Wer sind sie? Hallo? Oh. Ähm. Ich höre Orgeln. Geht es Ihnen gut, Sir? Woh! Sir? Geht Ihnen... Oh mein... Sie fliegen ja! Guck, wir hören uns mal an, was er zu sagen hat. AAAAAAAA! Äh. Was, du hast gewartet? Warum? Oh mein Gott! Du hast gewartet, dass er uns freundlich gesonnen ist. Okay, ich glaube nicht, dass er uns freundlich gesonnen ist. Ähm. Schießt es ab, schießt es ab! Ich habe sein Schild deaktiviert. Oh Gott im Himmel. Oh Gott im Himmel. Wollen wir die benutzen? Oh Junge, aus der Fernseite. Oh Gott! Der Strahl tötet uns mit einem Happen. Komm her! Was? Fliegende... Ach du Heilige, das Ding ist ja stärker, als ich dachte. Oh nein, es kommt zu unserem Haus. Oh mein Gott! Nicht... Du widerliche... Das ist heute eine Folge des Sterbens. Es kommt und es hat ein Schutzschild. Es hat schon wieder ein Schutzschild? Oh nee. Nein, nicht mein Haus! Nicht mein Haus! Mein Gott, du Monster! Was hast du getan? Jetzt wirst du mir büßen. Ich habe meine Minigun verloren. Ah, noch kurz. Differenz sind... Oh mein Gott! Es hat mein Koppel das Haus ramponiert. Was schreibt da? Oh mein Gott! Nicht nur wieder! Wo schießt es denn? Wo schießt er denn hin? Ähm... Geh mal. So, wir sind ein bisschen geflohen. Aber es ist uns hinterher gekommen. Da vorne. Da ist es. Da kommt es. Da ist kein Zukunft für dich, Leute. Deine Faith ist in unseren Händen. Ja, ja. Hast du schon mal gesagt. Wir können sterben. Ich bin nicht immer. Der Entschuld rein. Komm her. Ich habe es ja tutelt. Stirb, das heißt chicken. Oh, wang jetzt. Tschüss mit dem Laser. So. Komm schon. Take meine Ammo. Es ist auf jeden Fall schwächer als vorhin. Komm schon. Oh, fuck. Nein. Es lasert. Es lasert. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Wir haben es. Du hast... ... alles... ... alles... Ich habe euch halt dieser kleine Einblick in dieses... ... lustige... ... diese lustige Trick... ... HALEN! Oh... Wenn wir jetzt erstmal alle Hühnchen umbringen... Mach her! Ich muss Lachen haben, warte... Ah... Schon wieder tot... Ja gut... Genau... Äh... Ich habe uns natürlich gefallen... Und... Bro... Genau... Ja gut... Wenn das noch schon sagte... Bis zur nächsten Folge... Macht's gut... Und... Ciao! Ciao!